Ich bin Juliane, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Russland. Mein Förderwerk ist Friedrich-Ebert-Stiftung und mein Studium liegt in Sustainable Business and Technology. Ich hoffe und freue mich darauf, etwas Neues kennenzulernen und über die wichtigen Fragen nachzudenken. Demokratie in Walden bedeutet für mich das, was immer passiert ist. Also die Welt verändert sich und Demokratie in Walden verändert sich im Vergleich zu dem, was es gestern war, wenn es zur Krise kommt oder wenn andere Dinge passieren. Also wie Demokratie auf diese Veränderungen reagiert.